Sieben Rennen, sieben Siege, sieben Turme. Wir wurden erwirkt, um in der Burg zu fahren. Es heißt an diesem Ort... Das sind die Regeln. Ihr baut euch zwei Autos und die treten dann gegen unsere an. Werden Weltmeister geboren. Niemand, der da war, darf das erzählen. Und dieses Team will es beweisen. Macht Platz für V8! David, Kiki Lilou, Robin und der Diamond-Dachsmann von Drachenherz. Macht Platz für Herr GTI! Hast du sowas schon mal gesehen? Die Burg ist für Erwachsene tabu. Dann gibt es die wirklich? Bei all meinem Stolz und all meiner Würde, schwöre ich niemals zu verraten, dass es die Burg und die Rennen die Wirklichkeit gibt. Und ich bin bereit dafür zu sterben. Wir schwören. Wir schwören. Wir are on a cycle! We are on a cycle! Ihr müsst sie nur noch zureiten, Jungs. Nur einer von den beiden kann der Beste sein. Da gibt's keine Freundschaft. Das ist ein echter Totalschaden, oder? Mit euch zusammen kann ich etwas ganz Besonderes werden. Sei gut. So gut wie du kannst. Dann kannst du der Beste sein. Vom Erfinder von Die Wilden Kerle. V8. So heißt euer Albtraum. Und so heißt unser Team. Ihr macht es sich fertig. Jetzt liegt alles an dir, David. Das ist die letzte Runde. V8. Du willst der Beste sein. Komm, wenn du dich traust. Komm, wenn du dich traust.